Hallo, mein Name ist Judith Erlacher und ich arbeite im FVA Wildtierinstitut. Ich erzähle euch jetzt, welche Rolle Menschen im Wildtiermanagement spielen. Wir alle haben unseren ganz eigenen Bezug zu Wildtieren, selbst wenn wir sie meist nicht zu Gesicht bekommen. Manche von uns finden sie süß oder faszinierend, andere haben Angst vor ihnen. Manche möchten sie bejagen und wieder andere sind genervt von den Wildtieren, die Äcker durchwühlen oder Waldbäumchen zerbeißen. Unsere unterschiedlichen Einstellungen führen daher zu ganz gegensätzlichen Zielen im Umgang mit Wildtieren. In Baden-Württemberg leben viele Menschen, es gibt viele Städte und natürlich auch viele Straßen, die diese verbinden. Die Lebensräume von Wildtieren sind somit häufig nicht nur klein und durch Infrastruktur zerschnitten, sondern sie werden gleichzeitig auch von uns Menschen durch Sport, Freizeit, Jagd oder Landwirtschaft genutzt. Ob wir die Wildtiere nun sehen oder nicht, sie sind da und sie brauchen Raum zum Leben, zur Nahrungssuche, zur Paarung, für Unterschlupf oder als Brut- und Aufzuchtsort ihrer Jungen. Menschen wie der Förster, die Jägerin, der Naturschützer oder die Landwirtin haben einen starken Bezug zu Wildtieren, da sie im Alltag direkt mit ihnen zu tun haben. Und auch sie haben unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, wenn es um die Nutzung von Wildtierlebensräumen geht. Wenn alle Menschen einfach den persönlichen Zielen nacheifern würden, dann könnte es im Lebensraum der Wildtiere sehr chaotisch werden. Daher brauchen wir ein gutes Wildtiermanagement. Aber was bedeutet Wildtiermanagement eigentlich? Nach dem Jagd- und Wildtiermanagement-Gesetz werden hierbei alle Aktivitäten der Menschen betrachtet, die das Verhalten, das Vorkommen und die Entwicklung der Wildtierbestände beeinflussen. Das klingt paradox, oder? Beim Wort Wildtiermanagement würde man doch denken, dass wir vor allem die Wildtiere managen. Tatsächlich ist es aber die Aufgabe des Wildtiermanagements, einen Kompromiss zwischen den Ansprüchen der Menschen und den Bedürfnissen der Wildtiere zu entwickeln. Wir müssen also nicht nur die Wildtiere managen, sondern auch uns Menschen. Dabei spielt die Forschung eine große Rolle. Durch Untersuchungen kann man herausfinden, was Wildtiere brauchen und was ihr Verhalten steuert. Ebenso wichtig ist es aber zu verstehen, welche Einstellungen wir Menschen gegenüber Wildtieren haben und wie jene Menschen, die mit Wildtieren in Berührung kommen, bei der Suche nach Kompromissen beteiligt werden können. Was denken wir Menschen zum Beispiel, wenn wir ein Reh im Wald sehen? Denken wir das Gleiche, wenn wir das Reh auf der Straße sehen? Welche Gefühle löst eine Wildtierspur aus? Und was wir zu einer bestimmten Fragestellung denken und was uns dabei bewegt, das unterliegt laufenden Veränderungen. Wenn wir unser Verhalten und unsere Aktivitäten in der Natur ändern, dann wirkt sich das auch auf die Wildtiere aus. Das kann man zum Beispiel auch an den Freizeittrends sehen, die sich in den letzten 20 Jahren stark verändert haben. Es haben sich neue Outdoor-Sportarten entwickelt, es gibt viele neue Techniken auf dem Markt, die die Nutzung von Wäldern auch nachts und fernab von jeglicher Infrastruktur ermöglichen und Nischensportarten wie Mountainbiken oder Skitouren gehen gehören mittlerweile zum Breitensport und werden von sehr vielen Menschen in unseren Wäldern betrieben. Also, um uns Menschen managen zu können, müssen wir uns zuerst anschauen, wie wir eigentlich ticken. Hierbei können uns Instrumente aus den Sozialwissenschaften hilfreich sein. Was brauchen wir Menschen? Was wünschen wir uns? Wie können wir diese Bedürfnisse in Einklang bringen mit dem, was die Wildtiere benötigen? Bei der Beantwortung dieser Fragen geht es nicht nur um unsere persönlichen Ziele und Interessen, sondern auch um unsere Werte. Denn diese sind entscheidend dafür, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, welche Einstellung wir zu einem Thema haben und wie wir uns verhalten. Manche Menschen haben zum Beispiel ein großes Bedürfnis nach Freiheit, während anderen Sicherheit wichtiger ist. Einige sehen sich als Teil der Natur und andere sind der Ansicht, die Natur sei dafür da, uns Menschen nützlich zu sein. Für ein gutes Wildtiere Management ist es auch wichtig zu verstehen, wie wir Menschen uns gegenseitig wahrnehmen und bewerten. Wenn man zum Beispiel wissen möchte, was Menschen über den Ausbau der Windenergie im Schwarzwald und das Auerhuhn denken, dann kann man dies mit Umfragen untersuchen. Möchte man mehr über das Warum hinter den gegebenen Antworten erfahren, kann man mit einzelnen Personen Interviews führen. Das können zum Beispiel Vertretende aus der Jagd, dem Tourismus oder auch Menschen aus der breiten Bevölkerung sein. Auch Gesprächsrunden sind ein gutes Mittel, damit Menschen mit unterschiedlichen Ansichten Lösungen diskutieren können. Die Wissenschaft kann diese Gespräche mit fachlichen Informationen begleiten, um zu abgestimmten Ergebnissen zu kommen. Dadurch lässt sich auch viel über die Kommunikation und die Beziehungen der Beteiligten zueinander lernen und es wird deutlich, warum manche Konflikte immer wieder aufkochen. Diese Ergebnisse können den Menschen dann auch rückgespiegelt werden und aufzeigen, wie die Befragten verglichen mit anderen über ein Thema denken und welche Aspekte andere Interviewte bewegt. Das kann für ein besseres Verständnis für sich selbst und für andere hilfreich sein. Die Ergebnisse aus all diesen Prozessen, Umfragen, Interviews, Gesprächsrunden etc. können dann genutzt werden, um ein ganzheitliches Wildtiermanagement zu planen und die beteiligten Menschen entsprechend mit einzubeziehen. Das klingt alles total kompliziert und das ist es auch. Aber das Wichtigste von dem, was ich hier erzählt habe, ist, dass es beim Wildtiermanagement vor allem um das Management der Bedürfnisse der Menschen geht. Diese sind oftmals so unterschiedlich, dass es zu Konflikten kommt. Um herauszufinden, was Menschen wollen und brauchen, wenden wir unterschiedliche Methoden aus der Sozialforschung an, wie beispielsweise Umfragen, Interviews und Diskussionsrunden. Und die Erkenntnisse aus diesen Prozessen und Studien lassen wir dann in Konzepte und Fachpläne einfließen. Damit gestalten wir ein erfolgreiches Wildtiermanagement sowohl für die Menschen als auch für die Wildtiere. Vielen Dank fürs Anschauen!